Nähen. Nähen bedeutet, mehrere Stoffteile mit Stichen fest verbinden. Man spricht auch davon, doppelt genäht hält besser. Das heißt, manchmal ist es klug, Dinge genauer zu fixieren und Menschen etwas mehrmals zu sagen. Nähen bedeutet auch ein Kleid herstellen. Nähen kann man auch, um das, was kaputt gegangen ist, wieder zusammenzubringen. Und es wäre wünschenswert, wenn Menschen heutzutage Kleidung, die abgenutzt ist, nicht gleich wegwerfen, sondern wieder die Kunst des Nähens lernen würden oder die Kleidung mit Löcher einem Näher, einer Näherin, einem Nähereibetrieb geben würden. Die Erde hat nur begrenzte Ressourcen. Man sollte nicht einfach alles vorschnell wegwerfen.